hallo willkommen zurück zu einer neuen folge hier auf einem kanal zusammen mit zini er wird wahrscheinlich auch ein video machen denke ich genau heute spielen wie lucky race haben wir alles selber aufgebaut wir haben ein paar command blöcke dabei ein paar schöne lucky blöcke und ich würde sagen es geht direkt los in verdammt in 321 den kann ich nicht abbauen hilfe stopp mal kurz ich kann den nicht ganz so kann ich den nicht rüber bauen überbauen ach so der natürlich einfach sterben genau ach du scheiße ich habe einen lucky bau das ist geil ja ich war weg hier silber fische aufhack 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 das ziel des spiels ist es bis zum ende zu kommen und das vor dem anderen aber ich warte jetzt ein bisschen weil er gerade untergefallen ist ein bisschen gedauert und dann auch noch mit auto jump hast du auto jump an ja ok nein ich sterbe ach komm aber weißt du was ich habe ich habe ganz viele pfeile mit den ähm für meinen lucky bow jawohl jawohl ah silber fische nein verdammt jawohl karma als wenn das gerade so perfekt gepasst hat als wenn ich dich also die pizza hat genau dein dings getroffen ne mein lucky block hat es nicht getroffen ne aber deine plattform also das format ist doch schon viel geiler als geile wohnung ich habe so viele op-äpfel junge ich kann nicht mehr springen ich darf nicht springen helle was kommt raus nix hallo du kommst raus malo komm schon oh mein gott ich habe tt geschossen hast du irgendwelche effekte bekommen das sieht doch schon besser aus oh fuck ähm ja toll au oh dankeschön danke digga noch mehr op-äpfel wie viele op-äpfel soll ich dir nur folgen wie viele op-äpfel hast du äh über also 22 normale und 7 op oh fuck wie gut das zum bisschen springen können freunde karotten gerne wo bist du da hinten vielleicht dich irgendwie befreien ja gut da brauchen wir alles nicht aber wenn du welche bekommst musst du die auch aufmachen ne das ist ja ist klar ne 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 doch muss ich auch machen das hält einst auf aber wir müssen ja alle aufmachen oh mein gott und diamant block brauche ich nicht ja komm das war das war da so schnell naja das ist schon mobbing ein bisschen ach oh fuck über dir run boy run du musst auch alle abbauen die in der burg sind das ist ja auch das ist ja auch xp potions oh lol hochbauen du kannst doch hochschwimmen guck mal ist doch viel angenehmer was machen sie mal hack wohl bei ihm oh fuck auch gut das war geil wo bist du ey 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 bro fuck okay gut die letzten paar blöcke okay okay ja genau das teil die ich brauche noch nein ich hatte lucky oh leuer ist lucky so hat hab ich halt weggeschmissen auch gut das lucky hey ja 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 komm 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 du musst alle aufmachen ne oh schade okay ich komme zu dir dann kommt jetzt darfst du dir jetzt fünf blöcke hiervon aussuchen die du noch öffnen möchtest fünf blöcke darfst du dir ne sechs blöcke darfst du dir aussuchen ne restlichen sechs bekomme ich das kann weg das kann weg das kann weg wir räumen mal kurz unser inventar ein bisschen auf wir dürfen auch ähnlich benutzen lucky block until express lucky block das weiß nicht sechs blöcke sechs sind zwölf blöcke drin zwei drei vier fünf sechs ja gut ich kriege jetzt einfach die restlichen sechs und ich muss auch wirklich alle aufmachen das ist das lustige okay dann kommen wir mit wir sind jetzt mit dem rennen wie gesagt schon fertig sie mir hat sich jetzt seine fünf blöcke ausgesucht ich habe jetzt sechs blöcke ausgesucht ich habe jetzt die letzten sechs blöcke bekommen die müssen wir jetzt noch öffnen und danach geht es ans battlen und danach geht es ans battlen gucken oh das war der andere block auch gut verdammt ich habe jetzt noch welche bekommen ganz doll aha die waren ganz gut okay sehr glücklich sehr glücklich was ist denn rausgekommen und mein letzter glaube ich noch ein lucky baut wie geil ich kann kann losgehen in 321 go was das gleiche schwert cool hey das hast du nicht in einer kiste rumliegen lassen was das ist das schwert hey weil du das schon hattest du ja aber du hast es nicht da reingelegt keine ahnung ich brauche ja ein schwert ich brauche ja ein schwert zumindest ne okay 1 zunde für dich 3 2 1 go oh Junge Aua fuck baut er sich einfach hoch dieser kleine oh mein Gott was 1 1 okay 3 2 1 oh nötchen zucker lecker 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 das arme Pferd was oh mein Gott hallo hi doch ich hab doch gesagt 3 2 1 los und dann bist du doch mit dem Pferd auf mich losgegangen du verdammt okay 2 1 für dich okay 3 2 1 go leck ich hab zu skeppen wie eine wildzunge oder ja ich kann doch nichts essen aber wieder ja ich kann doch nichts essen aber wieder hör auf was willst du von mir du bist oh fuck ich hab die deathmine sorry Sorry. What the Frick? Ich gappe. Oh, der... Alter. Nein! Scheiße! Komm her! Hallo? Nein! Oh! Damit hat sie mir gewonnen. Schade. Ja, schade. Aber geile Sache. Also, ich wollte... Weißt du, was ich eigentlich machen wollte? Hm? Warte, fang mal. Habe ich dreimal dieses Beweges bekommen? Hey, Leute. Ich wollte eigentlich richtig angeln. Wart du? Ich wollte dich eigentlich angeln. Da wollte ich dich hochziehen, damit du Fall Damage immer wieder bekommst. Okay, Leute. Das war ein sehr lustiges, spannendes, keine Ahnung, Match. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut und ciao. Bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.